Er hat gesagt, in dieser Kürtel, warum? Das ist ein Schnellstein. Sit ready. Attention. Jetzt geht es hier los. Herr Morita Nr. 50, Sie am Türen führende 7-0-0-8, Lena Sonson. Jetzt geht es hier los. Ich bin ein Jeremy. Ein dringender Hinweis, das Fahrzeug SIN-BO265 muss dringend und sofort weggesetzt werden. SIN-BO265 bitte dringend weggesetzen. 400 Meter sind gerudert. Und im Moment führt Hannover vor Bramsche, vor Hanau. Aber jetzt, in diesem Moment, ist sie wieder an die Spitze gegangen. Die momentan führende der Rangliste, das ist Lena Maria Säufert. Und die kommt aus Hanau. Ja, hinter Hanau, da drücken jetzt viele die Daumen. Viele sind im Internet dabei, um zu gucken, ob ihre Anna Lena Maria Säufert es schafft. Und ich kann euch belegen, der sieht gut aus. 3 Meter hat sie Vorsprung, das ist nicht viel. 700 Meter sind gerudert. So sieht es hier aus, nachdem sie 700 Meter gerudert sind. Und ich kann euch neuer Glaufer nicht zu hören, das ist schlecht aus. Und ich kann euch nicht zu hören, dass sie wieder ein paar Teile machen. Und ich kann euch nicht zu hören. Ich kann euch mal ein paar Teile machen. Ich bin mit der Zeit. Und ich kann euch nicht zu hören. und vielleicht sogar unter 7 Millen zu fallen. Aber dafür bräuchte sie im Schnitt eine Zeit unter 1,45 und das wird schwer. Das wird eine ganz heißes für alle hier, 900 Meter noch zu Rudern. Und jetzt kommt die Hannover-Hanau in die Versuchung, jetzt die Hannover mit anzugreifen. 2 Meter sind wir so nach dem Vorspür. Was ist hier die Frage? Hanau oder Hannover? 800 Meter, doch zu Rudern. 4 Meter sind wir jetzt wieder. Hier, Maria Seubert hat sich ein Stück wieder. Jetzt aber geht es hier richtig. Jetzt kommt die Garota. Jetzt geht es ab. Hier ist Hannover auf die Merde, Meter nur bei 7. Noch 700 Meter. Can Calota, Hanniga. Calota, hier hat die Lehrer wie Seubert noch anfangt. 500 Meter noch zu Rudern. Lena Seubert ist 3 Meter vor Carabalocke. Proforte. Verfahren durch die Blaue. Applaus, jedes Meter vor Carabalocke. Pote, die Kopplenze... Nema Maria Salfa und Aladona Gare auf Rundelegen, so sieht sie aus, sie hast drei. Jetzt geht der Spurkulose. 250 Lieder, die Spurkulose angebrochen. Die letzten 30 Lieder. Nema Salfa, die ist vor uns hier, das ist Peter. Jetzt kommt von Ihnen zu der Wolke von 5, ja. Gegenruf, da vorne ist alles klar. Wieder Daniel Wolk, der 7 hat das gewinnen. Herr Lange, der 2. Sie wird hier dran, sie findet. 56, 57, 58, 58. 6.055, das gibt es ja nicht, aber 10.000 Minuten.